Für ein grünes Bad Vilbel, mit Bäumen statt Betonwüste, für Luft zum Durchatmen, zur Förderung des Biolandbaus in der Region, für unsere Gesundheit, für den Erhalt unserer Umwelt. Fruchtbare Böden, trinkbares Grundwasser, Lebensraum für Tiere und Pflanzen, für frische Ideen zum Vordenker werden und die grüne Lunge der Stadt erhalten und ausbauen. Ein Landschaftsschutzgebiet nach dem Vorbild des Frankfurter Grüngürtel. Keine Steuergelder mehr verschwenden für vernachlässigtes Grün. Stellen Sie sich Bad Vilbel als zentralen Marktplatz für Bio-Lebensmittel aus der gesamten Wetterauform. Auch die Energiewende ist inzwischen unübersehbar. Deshalb brauchen wir Stadtwerke, die die Zeit erkennen und zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien setzen. Auf die Energien von heute. Einspürungsmöglichkeiten offenlegen und umsetzen. Darum grünen wir in 2016. Ich bin Jana Peters, Kandidatin für die Stadtverordnetenversammlung und den Ortsbeirat Dortelwald.